Okay, wir fangen jetzt mal an. Habt ihr Lust? Hast du Lust? Ja. Ja, ich auch. Dann unterhalten wir uns doch mal auf Pikbox-Sprache. Ach ja, was hast denn du so erlebt die letzten Tage? Nachricht. Dann hat er ein Klatsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke schön. Danke schön. So, jetzt habt ihr gesehen, was wir so zusammen machen. Ich bin schon am Arsch. Ich brauche eine Pause. Ihr zeigt euch mal Mando, was er so alleine kann. Mando! Mando! Da ist er, gut erkannt. Alles klar. Viel Spaß mit Mando! Hey, Applaus! So, wenn der Moderator, du, wenn der jetzt gerade hier stehen würde, hey Mando, wo kommst du her, würde ich jetzt sagen, aus Braunschweig. Ist das so? Aber ich mache mal an, wir haben nämlich keine Zeit. Aber ich mache mal an, wir haben nämlich keine Zeit. So, ich mache mal Anfe Dad. Ja. So, ich mache mal항en. Und ich mache auch mal Anfe Stanère. Ich mache mal an, wir machen an, wir funktionieren. Das war's. 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 Das war's.